ARD Text im Auftrag von Funk Das war die Renneler in die Hosse. Ja, die sind alle geplanten, oder? Ja, die Leute lachen. Ich habe mir mal gut gehandelt, dass sie die paar Stücke kaufen. Darf sie? 1,7,1,4... Ja. Den Paketzähler. Ja, ich bin ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen. Wie kommen die Pille an? Wie kommen Sie an? Die Pille an oder die Pille. Da klingt gut! Das war das Spiel. Das war das Spiel. Das nicht war das Spiel. Ja, das ist super. Das vale die Pille. Ja, go! Ja, der war schon in Deutschland, wenn wir sind in Leipzig. Ah, ja. Ja, der hat ja auch zu spät. Da ist er echt satter geworden. Ja, das Kleine ist. Ja, das ist ja immer. Ach, nicht groß. Der ist in Frankreich. Ja, aber da war ein Mann, da war ein Mann. Ja, das war ganz gut. Ja, das war ganz gut. Ja, das war ganz gut. Ja. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ja. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, man, wir fähren fit, ich bin die Brickbomber der, oder? Ja, das ist eine Sorge hier. Ja, das wäre noch laut eingewerrscht. Und zwar nicht dabei. Ich bin die Brickbomber der, oder? 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.